Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Quick Bed Wars mit Noxius Ja moin Und das ist so ein neuer Modus auf Gomme, der kam vor ein paar Tagen raus Und ja, da geht halt alles viel schneller, das Bett hat ne Zeit und so weiter Es gibt auch andere Items und so Kits quasi, damit man sich schnell equippen kann Finde ich ziemlich nice So sieht es dann aus und dann hat man seinen Kits Hat die wichtigsten Items beisammen und dann kann man so in der Mitte noch so Uhren finden Und mit denen kann man dann die Zeit aufwerten wieder Aber am Schluss gehen die Betten meistens kaputt von allen Und dann geht es nur noch ums Kämpfen und es gibt ziemliche OP-Items wie Eisenschwert oder Dierschwert sogar Okay, ich hab sechsmal Uhr Komm am besten mal in die Base Ja, ich geh wieder zurück So Okay, dann haben wir die schonmal Ja, da hab ich ein bisschen einen zugebaut Aber ich versuch gleich mal zu rushen So, komm, komm, komm Doch jetzt Okay, hat ein bisschen gebackt Kommt einer Okay Warte, war es für zwölf Gold Es gibt ja keinen Bogen, ne? Oh nein, ich bräuchte 13 für einen Dierschwert Warte, da kommt einer Hine down, so Warte, hier nimm mal die Hälfte des Eisens Ich mach mir nur ne gute Brust Ja, ich passe mal auf, solange du einkaufst, dass keiner kommt Gehe gleich nochmal auf Mission in die Mitte Und schau, ob man da noch irgendwas holen kann an Uhren oder so Okay, den hab ich kurz runter gedroppt Ja, ich geh einfach mal zu Gelb und schau, ob ich da was reißen kann Okay, dann verteidige ich es, solange du bist Also doch, ja, der ist alleine und das sollte ich packen Ich hab irgendwie so Jampus oder so, hab ich das Gefühl Ist auch komisch, aber egal So, wieder zurück Und jetzt nur noch töten Oh oh, das wird nicht so leicht Oha, ich hab's geschafft, knapp Aber geschafft Warte, welches Team sind wir? Rot, ne? Ja Okay Oha, es ist so hoch hier Okay, so Ah Die Gelben leben ja auch noch Dann geh ich mal zu Gelb, glaub ich Warte mal, Gelb, 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 Gelb Hä, wo sind die Gelben? Also bei uns nicht In der Base auch hier nicht Oder in der Mitte? Ich schau mal Ich seh grad die Name-Tags nicht, aber in der Mitte wurde auch nicht gelootet Und wir haben übel viel Zeit Und wir haben übel viel Zeit Zehnmal Ja, dann komm mal kurz und dann Okay, ja Und 23 Gold Und ich hab' die Spitzhacken abbaut Ja, das ist so abnormal Wie viel kostet die? Ein Gold Brauchst du das Eisenschwert? Nee, brauch ich nicht Okay, ein Gold Dann hol ich mir die mal Ein Bett Wollen wir vielleicht nochmal machen Oh mein Gott, war's knapp Er ist einfach runtergefallen Lol Man kann das Bett irgendwie nur seitlich abbauen Das ist so ein Bug noch, glaub ich Ja, das gab's auch auf Revi schon mal, glaub ich Oder, nee, auf Sytoxin, glaub ich Damals nur Oh mein Gott Alter Schwede, war's knapp Okay Unser Bett ist weg Ja, okay, shit Oh, aber wo ist denn der andere gelbe? Lol, er ist runtergefallen GG War echt ne coole Runde, Leute Lasst nen Daumen nach oben da Schaut beim Noxius vorbei Und ciao Ciao